...der mehr ist, um damit das Netzwerk der Easybox an eine andere Stelle im Raum zu bringen. Dort werde ich Ihnen dann die weiteren Schritte der Einrichtung des Vodafone DSL-Anschlusses zeigen. So, wir haben hier den Powerline-Adapter installiert und nun zeige ich Ihnen die weitere Einrichtung der Vodafone Easybox. Zunächst, um das Konfigurationsmenü der Easybox aufzurufen, gehen Sie in Ihrem Browser, zum Beispiel EE oder Firefox, auf easy.box. Danach kommen Sie auf diesen Anmeldebildschirm. Das Standard-Kennwort und Benutzername, in dem Fall der Benutzername ist Root, R-O-O-T. Und das Standard-Kennwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gehe nun auf Anmelden. Und nun kann ich hier den Express-Installationscode von Vodafone eingeben. Diesen haben Sie als Schreiben erhalten, wenn Sie Ihren Zugang bestellt haben. Ich gebe jetzt den Code rein. Das Gerät hat auch erkannt, dass sich kein USB-Stick eingesteckt hat. Das wäre jetzt anders, wenn ich zum Beispiel ein Sofort-Paket bestellt hätte oder die Sofort-Option.